Willkommen zurück in DAISY ARMA 3! Wie versprochen in der letzten Folge gehe ich jetzt da rüber zum Sniper. Und kannst du jetzt endlich mal joinen? Ich könnte vielleicht Feuerschutz brauchen oder irgendwie sowas. Ist schon bei 35% KD. Ich habe noch eine kleine Verabredung. Tut mir leid. Muss noch Kaffee trinken gehen. Muss mich noch hübsch machen. Du und hübsch. Schau dich mal an. Also ich schätze der ist im Krankenhaus drin und knallt von da aus die Zombies schnell weg. Ne, die Zombies spawnen sogar im Krankenhaus. Echt? Ja, die mit dem weißen Kittel. Ich so, denke mir. Oh ja, gleich beim Krankenhaus, ne? Weil mir keine Ahnung wie viele Zombies in der Gange sind. Schießt die Scheimkoppel. Aber wenn wir noch mal drei Zombies nicht hengestanden, habe ich gedacht. Leck mich doch, alles schon auf die Feuer weggeglendert. Also ich geh jetzt da hin. Du stirbst du sowieso? Ja. Naja, viel verliehen. Geh ich dir nicht schuld. Du hättest... oder so... RÄCHE MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Wahrscheinlich scheun ich genau da drin, wenn du stirbst. Ich ruf so zu meinem Mörder. RÄCHE MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICH. Da brägt er mich um. Stell dich vor, du schießt auf ihn, ne? Er töte dich schreibst rein. Du Bitch, warum hast du mich umgebracht? Ja, genau. Oder das für ein Bandit, der Bandit bleiben will, und der töte einen Anderen Bandit nicht, weil er keine Hero Points will. Klar. Loll, Backscreen Ich bin mitten auf einer Leiter Ah, ist weg Loll, bei mir hat sich die Grafik jetzt enorm verbessert gerade eben Was war das? Ich bin maximal verwirrt Und er schießt auch nicht mehr Warum schießt er nicht mehr? Weil du doch bist Weil du dumm aussiehst Scheiße, sind Zombies oben Auf sowas tue ich doch nicht meine Kugel verschwenden Ich lauf einfach mal an den Zombies vorbei Scheiße Hat nicht funktioniert Die haben mich alle erwischt Bin tot Nein, bin ich doch nicht Oh Gott, ne Toolbox Verdammt, die Scheiße krieg ich jetzt aber nicht Ah, wie gehe ich da am besten? Ich lebe, wenn du stirbst Es, verdammt Das ist mir Vor allem die ganze Zeit steht er drin Nein, verboten im Sidechat Nur Text schreiben Oder er schreibt hier ins, äh, in Direct Und ich, ich blick's nicht Weil ich verstehe ihn nicht Der redet ja immer so schnell Der Sackpass und schon ist wieder weg Okay, hier ist leider niemand Gegen meinen Wasa Alter Junge Erschreckt mich nicht so Junge, ich bin hier gerade Arma 3, Snipern Hab zwei Schuss Und LoL, LoL, M107 oder AS50 Äh, M107 Äh, M107 Ich seh' ihn, ich seh' ihn, ich seh' ihn, ich seh' ihn Ne, Zombie Ich weiß, wo er ist, ich weiß, wo er ist Scheiße, ey Alter Die M107 gibt's hier Zombies verraten, ich seh' ihn rennen Ja, das ist, ah, jetzt weiß, was das ist Anteat, äh, jetzt weiß, was dann, der das Auto hat und so Alter, du, äh, Triss, kennst du, äh, Dark Knight Rising? Hallo? Tschüss? Er ist weg, verdammt Äh, was denn? Nein, bin ich nicht Äh, was? Äh, 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 äh Sag, wie du sprechen kannst Ja, jetzt Äh, okay, kennst du, kennst du Dark Knight Rising? Äh, warte, warte, warte Haltet Batman-Film Ja Da kommt doch so ein, so ein, wo die den Bomben, diese Atombomben in dem Laster transportieren Ja Dieser Laster ist gerade durch Cerno gebrettert Geil ist scheiße Alter Du hast nicht rausschossen, du Affe Alter, wo ist die, Alter Wie viele Sniper sind hier? Drei Stück und ich Und du hast wahrscheinlich die schlechteste Wache Ja, das hab ich eindeutig Aber der M107-Tipp ist weg, oh Er hat mich direkt gedötet Ist das Rauch? Ist das Rauch? Ist der Laster dort oben im Wald? Nee, der fliegt gerade fort Ja, ist jetzt doch langweich geworden Wo ich versprochen hab, dass es spannend wird Scheiße, ne? Ah, können wir wieder Folge in den Mülleimer werfen Ach, das ist eine Aufnahme Alter, du, hier gibt's Zombies Wo du das gerade fährst Junge Neues Spielchen Ja, was erzählen? Chris, hier gibt's Hero Zombies und Zombies, die sehen wie Spieler aus Hier ist gerade wieder einer Geil Alter, das ist so scheiße hier, wirklich Ich krieg nix auf die Reihe So bist du Der Penalty gibt's schon verpisst dahin Ich kann ganz kurz nix verstehen Junge, der ist hier in diesem Gebäude Ich dachte, das war viel zu nah, das Geräusch fällt mir gerade auf Oh Das kann ich nicht mehr Der hat nicht mein Backpacker zu echt hat, kann ich nicht mehr zu ziehen Die zu direkt neben mir, oh, hi Also ich bin noch Zumbies, oder? Ja, genau Okay, dann spiel ich, lol Viel Spaß Junge, lol ist einfach geil Junge, lol ist ein Foto mit L und so Boah, scheiße Nein, du schießt endlich Alvi Warte Kurz 90% Alter, alter Ich losse mich schon mal Alter, ein richtiges Feuergefecht hier Wahrscheinlich eine, eine Nee, der M107, Typ und ein anderer beschießen sich, aber ich hab keine Ahnung, wo Da rennt halt einfach dazwischen Hinten zu, weil, äh, alter Äh, einer, der Einer, Glück, oder? Ich hab gewonnen, der mit M107, hab gewusst, dass es M107 ist Äh, ich hab gerade gewonnen, dass er am Schluss ist, der ist verriegt Alter Die First Firsten Die First Firsten Drei Meter Entfernung, die sind im Wald Die First Firsten Wieso hast ich gehen im Wald? Okay Der war im Wald Zwei Schuss Ich hab Holz Zwei Schuss, Mensch Aus der Hüfte wahrscheinlich dann Ich hoffe jetzt, dass er sich nochmal zeigt, weil der wird sicher aus dem Wald kommen, um snipen zu gehen Und dann will ich ihn Dann will ich ihn mir holen Alter, dieser Laster, Mensch Oh mein Gott Naja, in der Folge, einen kill ich vielleicht noch Oh mein Hund Boah, ich kann zacken Jaaa Hey Ich hab jetzt den Computer ab Ne, wir werden gleich beim Spawn umgebracht Ja, klar Ey, bist du jetzt im Czerno, oder wo? Bei AMA 3 standen Bei AMA 3 standen Ne, ich bin bei der Feuerwehr Oh, stimmt, 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 hast du vergessen Ich bin bei der Mauer Wenn ich dich sehe, ich schieße einfach auf dir Jaja, ich kann mich sowieso nicht mehr mit meinem scheiß mickrigen Zwei Schuss mit dieser Cz da Ich hab halt noch die andere Sniper, aber ich brauch Stunner Ich brauch halt noch so ne scheiß Weste, meine Weste ist weg Müsst ihn auf jeden Fall jemanden umbringen Vielleicht sogar so ein Spielerzombie, wahrscheinlich kann man da die Weste wegnehmen Keine Ahnung Irgendwie Muss sowieso der eine noch eingefickt werden Das mit den Klamotten, das man da noch nehmen kann Weil du hast da vorne nochmal so ein Irgendwenn da für Klamotten Alter verdammt Wie sehen denn die aus, die Zombies, wie Survivors oder wie? Ja, genau, Survivors oder Heroes Aber die haben keinen Rucksack So Verdammt Dann lauf ich jetzt auch so ohne Rucksack vielleicht Ich denk der hat sich verpisst und ist Richtung bei Lothar Der hat zu snipen Der hat keine Muni mehr Ich würd doch eigentlich da hoch gehen, was mach ich eigentlich? Ich hab auch so jemanden Heli innen Ah ja, geil So nebenbei Ja, ja Und eine ganze Basis auf vier, fünf Autos Drei Trucks Acht Helis Ah ist 50 I've never heard ne Alter Ich hab so eine ganze Admin-Base wahrscheinlich Du hast einen Admin gekillt Du bist der Admin Du bist der Admin Wild Sonst meinst du warum ich die ganzen Sachen schon finde? Äh, was mach ich jetzt? Ich glaub der hat keine Muni mehr Und du auch nicht, ne? Blöd Zwei Schuss hab ich noch, zwei, zwei Schuss Ich hab Axt ist glaub ich in meinem Oh ja, ich hab ne Axt Zwei Schläge, Anna ist tot Kann ich die jetzt mal Ich leg die mal hin Ja, ja, ich hol die Axt raus und geh los Friendly? Ne, ich will Holzsacken Ne, ich will Holzsacken Alter, 41 Spiele sind heute noch Scheiße, es gibt keine Magazine hier Blöd Jaaaa Echt 41? Ja Alter hier muss doch sicher einer noch sein Oh mein, zwei Schuss will ich noch hier irgendwie verbraten Boah, ich verreckt Meine Spieler Jungs, den roten Häusern wird doch sicher jemand mal kommen Ja, ja, nein Ich hab einen in der Kirche erschossen, der hat dann gesagt Ey, das ist Gottes Kirche, Mann Der darf keinen erschießen, du Bastard Oh man Also der Sniper ist weg oder er ist echt gut versteckt Ich scann nochmal alles Der hängt sowieso naggert oben auf dem Berg Ich habe auch Oh nein Bist du naggert? Naja, freilich mich, es war zu wahr Wait, did I just pass you? Oh, sorry Irgendwie mit W war sein Name Alter, du hast einen Zombie gekillt Ich? Oder wer? Nene, ich 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 hab auch Ne, ich hab auch 30 oder noch Alter Keine Ahnung Brauch Munition ver- LOL, der schießt wieder Ach Gott, schnell tarnen Schnell den, ey Dies ist der Ich bin so einer wie ein Crysis-3 Einen Santananzug Und am Bogen lauf ich rum, weißt du Von wo aus snipet der? LOL Jetzt ist der DMR-Typ wieder da Der hat sich bloß mal im Magazin geholt Die betteln sich auf dem Hügel Ja, das ist links auf dem Hügel Ach Gott Ach Gott Arsch und drehen Nee Ach halbe Weiß was, ich geh auf den Hügel, kommst du mit? Mal schauen Wenn mein Internet nicht abkackt Ist der da hinten Rupert was killt bei Markus Mit der Axt der Reise Mit der 3m 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 Axt Oder arm Alter Ja, ich würd sagen wir gehen in den Wald Oder? Wie ich auch jetzt kann man Wollen die mich verarschen? Alle, mein Ding ist auch nimmer da Ich hab überhaupt kein Magazin für keine Waffe mehr Jawoll Ist dein Weste auch weg? Ja So n Dreck Die Zermis sitzt da hoch Ich hab aber kaum Magazin für alles Nee, echt gar nix schein Ja, die Eins redet ins Side-Chat, das gehört sich nicht Weißt was, ich geh jetzt die restlichen Minuten Minuten da hoch So, hallo Und werd gekülpt Nein, ich will den schon kriegen Nur wenn ich jetzt da hochlaufe Ja, ich krieg da noch ne Xe M8, Alter Ey, sag mir wenn du M11 Muni findest Soll ich zu dir kommen? Ah, super, jetzt bin wir nicht so ohne Magazin Könntest du mir dein Standard-Magazin geben? Komm zu dir Alter, wenn du ne Pistole findest Ist glaub ich immer ne Magazin dabei Okay Oh, hier liegt ne Leiche Oh 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 Ich würd sagen, ich check die Leiche mal ab Wenn hier alles safe ist Tu meine Axt raus Wenn mir jemand mit ne Axt kann doch keiner killen Boah, ich hab null Ich hab ne halbe Null und null 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 Schüsse Der Axt Der Axt Guck mal Also ich geh jetzt noch mal hin Der kleine Axt Bandit hier Crouch, Crouch, Crouch Jetzt kommt so der Last, der überfährt mich Ja Hey, wo sind denn die gewesen? Irgendwo in den Im Wald, wo wir langgelaufen Oh, ne Flashlight Scheiße Ah, ich kann die Carrier mitnehmen, ja Ich hab Stunner Gäste Ein Campingtent Ähm So, naja, ist ein bisschen wieder ausgerüstet Äh, soll ich zu dir kommen, wo bist du? Hallo? User in your channel timed out Oh Boah, ist auch geil Naja, was mach ich jetzt Nein, ich will kein Zelt aufstellen Ich will lieber meine 2011 Mission finden Alter, ich sollte mal mein Bildschirm putzen Ich erschritte So ist ein Zombie alt, hab schon gedacht Boah Boah Und die Toolbox Nimm die Toolbox Eine Junge Na, 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 na Oh, ist ja was trinken Alter, Triss Du kannst dir nicht vorstellen, wieviel Leute hier durch ne Axt sterben Die ganze Zeit so ne Meldung Was killed by Headshed Was killed by Headshed Was killed by Headshed Gut Braucht man auch immer Ich würde schon ein Bandit mit ner Axt tönen, wirklich, so grausam ist doch niemand Oh, ich kann nicht mal mein Fernglas benutzen, so buggy ist das hier Vielleicht muss ich zielen drücken Ja, wo muss ich Das ist interessant Sehr hilfreich Naja, ich überziehe ein bisschen die Aufgabe Ich will noch meine Munition finden Nein, scheiße, ich will das Zelt nicht aufstellen Gott sei Dank Nein, er stellt das Zelt auf Scheiße Was soll ich mir aufheben? Lol Das war jetzt ein Fail Vielleicht ist das Zelt wieder weg Wow, wow, wow Oh mein Gott, oh mein Gott Schießt jemand mit ner M4 auf mich? Glaube ich jedenfalls Du wirst sterben Oh ja, ich sollte mal meinen Sniper eigentlich rausholen Schau ich lieber hier noch Ach komm, das kann ich nicht verwenden Gerade zur Munition gefunden Alter, aber von wo hat der geschossen? Das klang so übel nah Im Gebäude schätze ich Der hat nicht auf mich geschossen, der kann ich gar nicht sehen Hallo, hallo Ist der Friendly Bandit? Okay, da darf Zombies geschossen hier links Zombielichen Wollen wir da mal rauf? Auf Die Aufnahme ist rum, aber ich will den jetzt noch So, jetzt geh ich hier noch hoch Hallo 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 Warte 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 Verdammt, 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 verdammt Wo ist der? Ich will die M4 Komm schon Verdammt Der ist sicher, ich weiß wo der hinn ist. Naja, mach ich jetzt Folgeschluss und dann suche ich ihn gleich weiter. Ciao.